Oh nein, lieber Umlautmann, bitte hilf mir, da drüben ist ein Zombie. Keine Sorge, Baby, wie sieht denn dieser Zombie-Toot aus? Friendos, willkommen zurück in der Welt der Infizierten und Zorn-Infizierten. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem weiteren Part von The Last of Us. Die letzten von uns, die hier sind. Oh, hier ist super viel Equipment, oh mein Gott. Habe ich das im letzten Part aufgehoben? Ich glaube nicht. Mein Gott, warum nicht? Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir befinden uns in der Vorbereitung. Warte mal, wir konnten... Ah, stimmt, warte mal. Hier, haben wir ein Messer hergestellt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist ja auch egal. Hauptsache, wir sammeln den ganzen Stuff ein, der hier noch so rumliegt auf süßer Basis. Hallihallo, genau, warte mal. Gut, Medikit haben wir schon das Maximum und hier können wir nichts herstellen. Schade, Marmelade. Aber du, ich will mir nicht beschweren, dass wir so im Überfluss mit den Medikits leben. Besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Dann lassen wir den Lumpen, der da war, mal eben liegen. Okay. Ja, wir sind hier im Lager von Bill angekommen und wir haben eine Stachelbombe erhalten. So, zum Schluss des letzten Partes. Denn wir brauchen mit Ellie ein Auto. Denn das wird, glaube ich, noch ein riesiges Abenteuer werden mit Ellie, der süßen Maus. Hallo? Wow! Aus welchem Loch kommst du denn? Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Mann, da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. John, du behältst sie doch im Auge, oder? Na klar. Ich sehe alles. Ich sehe definitiv alles. By the Rain noch so als Hinweis. Okay, das lassen wir, glaube ich, auf dem Boden liegen. Das wird wahrscheinlich gar nicht mal so lange halten. Wir können ja, wenn wir Zettel finden, die Zettel wenden. Und das sollten wir definitiv mal machen. Weil teilweise auch was auf der Rückseite stehen kann. Hello! Das sieht doch sehr einladend aus, diese Kirche, nicht wahr? Und da oben geht's nicht entlang. Also, let's go! Wow! Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Alter! Kurze Real-Life-Story zum Beichten. Ähm, wir waren, also ich hatte ja Sefi besucht. Das war im April. Und dort waren wir ein bisschen bei ihm in der City unterwegs. Und da war halt voll die beeindruckende Kirche, wo wir halt kurz reingegangen sind. Weil die von innen halt sehr, sehr krass aussah. Und da gab's auch Beichtstühle. Und auf einmal war da jemand am Beichten. Und man konnte voll viel hören, was er gesagt hat. Ähm, der hat irgendwie angefangen mit, yo, ich hab ein riesiges Problem. Und Phil und ich gucken uns richtig schockiert an und sind richtig schnell weitergegangen. Weil wir so dachten, alter, wir wollen das auf gar keinen Fall hören. Weil Karma hätte uns sonst, glaube ich, böse Hops genommen. Ähm, ja, war krass. Der hat voll laut gesprochen. Also, man hätte easy zuhören können, was er gesagt hat. Soviel zum Thema. Ist ein guter Ausgang. Also, schöner das hier auf jeden Fall. Hä. Yay. Ja, genau. Was soll ich sagen, ne? Auf geht's zur Schule. Welcome back. Ich hab Spaß. Was genau ist hier so beeindruckend? Oh. Sind das Leichen, die verbrennen? Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Hehe. Ist da nichts. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Ich glaube, wir haben genug Erfahrung. Sei durch. Na, tolle Wurst. Also, die Action mit den... Klickern geht nun... Oh, weiter. Direkt da vorne schimmelt schon was rum. Ja, soviel zum Thema. Hinterm Tor kennt er sich nicht aus, ne? Guck mal, da vorne ist schon mal einer. Scheibenkleister, ich sehe schon mal zwei. Ja, okay. Also, diese Fähigkeit ist doch eigentlich ganz sinnvoll, tatsächlich. Kommt er hier entlang? Das Messer müssen wir leider behalten, lieber Klicker. Also, ich sehe definitiv schon mal zwei. Wie ist die Laufroute von dem? Oh. Drei sind's sogar. Geil. Boah. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Das ist so widerlich. Also, da hinten links scheint irgendwas zu sein. Ich weiß aber nicht, ob's da weitergeht. Also, am entspanntesten ist es halt wirklich... Wenn wir die alle eliminieren würden... Eih, da sind ja sogar vier! Klicker sind so unangenehm. Ich weiß halt nie exakt, wie wir die jetzt umbringen können. Ja, tolle Wurst. Wo warten unsere Mitglieder? Oh, hi. Ja, Leute, Leute. Hi, Germichir. Was machen wir jetzt? Einfach... Das war mein Fehler. Ich wollte die Waffe wechseln. So, einmal hier hin. Wie machen wir das? Ich hab ne andere Idee. Wir haben hier Molotows. Drei Stück. Okay, die verbrennen jetzt einfach. Die verbrennen jetzt einfach elendig. Mit vielen Schmerzen. Okay, top. Zwei sind tot. Ja. Molotow Cocktails, Freunde. That's the key. Also, damit haben wir schon mal diesen W. Oh, nee, warte mal. Ich glaub, da hinten kommt einer. Zwei sogar. Ah, die wurden angelockt. Die wurden angelockt. Naja, die checken ja nicht, dass ihre Kollegen tot sind, oder? Zwei Stück wieder. Hätten wir jetzt wieder was zum Werfen. Also, guck mal, so ne, so ne Stachelbombe haben wir sogar. Bro, hier sind so viele. Warte, ich nehm die Flasche von oben nochmal mit. Äh, von da unten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass wir jetzt alle töten. Aber, ey, da sind so viele. Wie willst du sonst da vorbeikommen? Von dem, ich stell mir The Last of Us auf der schwierigen, äh, Schwierigkeit sehr, sehr hart vor. Sind die jetzt wieder abgehauen? Boah, wie es scheint, ja. Die waren nur mal ganz kurz gucken. Hat jemand von euch Muni? Uh. Ich krieg immer Panik, wenn irgendwer so schnell läuft. Au. Backstein. Aber ich glaub, hier oben läuft wirklich keiner mehr rum. Die haben, die waren nur ganz kurz gucken, wegen den lauten Geräuschen, nicht wahr? So, hier unten schimmeln auf jeden Fall drei Stück rum. Dann machen wir mal diesen hier. Lass die da mal hinlaufen. Genau, eins. Zwei. Drei. Boah, ich bin wirklich nervös wegen diesen Viechern. Heilige Makrele. Woo. Auf ihr geht's. Dö, 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 dö. Be, de, be, 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 be. Auf ihr geht's. Da lebt ja noch einer. Wie hast du das überlebt? Die Frage ist, ist er der Letzte? Wenn ja, kannst du den ja einfach beballern. So vom Ding her, nicht wahr? Ist er der Letzte? Ja, nein, vielleicht. Boah, der müsste ja eigentlich hier lang kommen, ne? Weil, es heilt hier auf jeden Fall. Aber ich, nein, komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Hm, ich würde ihn jetzt gerne irgendwie anlocken. Also, was heißt anlocken? Ihr wisst, was ich meine? Wo ist eigentlich Bill? Ach so, Bill, was schimmelst du da in der Ecke rum? Oh, der ist zu weit weg. Ich hab leider keine freie Schussbahn. Wenn er jetzt hier einmal entlanglaufen würde. Ach, er ist tot. Ah, also er wurde doch getroffen. Er wurde stark angehittet. Geil. So, drücke ohne zu ziehen, ZR, um nachzuladen. Gut, dass mir das Game das so früh beibringt. Ah, guck mal, ist schon fuhl. Moment. Können wir nachladen? Nö. Aber, nee, warte mal. Das ist die Pumpgun, nicht wahr? Nö. Wuppala. Wuppala, das wollte ich nicht. Ich wollte die Waffe wechseln. So, nee, die Pumpgun hatten wir gerade ausgerüstet. Aber ist wirklich fuhl. Naja, dann bringt's ja nix. Hey, Leute, wir haben's geschafft. Wuhu. Vielleicht sollten wir nochmal einen Molotow-Cocktail anfertigen. Zumindest einen zweiten. Klar, wir haben mit zwei verbraucht und ich weiß nicht, wie hart die nächsten Kämpfe werden. Aber, ach, da unten sind ja noch mehr. Wie viele? Zwei. Lauf da mal hin, wo das Geräusch herkamen, okay? Ja, genau. Hasta la vista! Okay, die beiden werden jetzt einfach elendig zerrecken. Ähm, wuhu. Porn! Nee. Das glaub ich tatsächlich auch. Junge! Wie viele Klicker waren das jetzt? Warte mal. Drei, sechs, acht Stück. Ja, wir haben viele Molotow-Cocktails verbraucht, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie wir das hätten sonst lösen sollen. Das hier ist wirklich eine harte Szene, Alter. Ich habe einen Schlüssel. Hey. Hier sollten wir sehr leise sein. Ja. Wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, wir machen noch einen Molotow-Cocktail. Also ich merke, die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ah. Ganz ruhig. Sind das nur zwei? Nein. 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 Oh Mann. Haben wir es geschafft? Das war nicht schlecht, Guys. Wuhu. Ja, Bill, schön, dass du mir so stark geholfen hast, Mann. Oh nein, ich habe einen Klicker gehört. Also einer ist auf jeden Fall da. Ich glaube, die Pumpkanne ist sinnvoller bei so einem Klicker, nicht wahr? Junge, jetzt ist aber hier langsam ein infizierten Massaker. Okay, Munition ist voll. Ist das die Knarre? Ja. Also wenn das nur einer sein sollte, kann man ihn eigentlich beschießen. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Hier ist noch ein Runner irgendwo, aber wo? Boah, ey, das ist heute wirklich actiongeladen. Wirklich. Durchgehend auf Sendung. Ach, guck mal, da oben ist der Runner, oder? Ja, da schimmelt der Runner rum. Den können wir ja lautlos eliminieren, wenn er an uns vorbeilaufen sollte. Aber der wird safe nicht an uns vorbeilaufen. Also ich frage mich, inwiefern Bill uns supportet hier, ne? Ah, Mann, der muss schon näher sein, damit wir den so beschießen können. Weil der geht da oben seine Runden. Der ist in Anführungszeichen in Ordnung. Den kann man ja zumindest dodgen, im Gegensatz zum Klicker. Oh, scheiße, kann man hier entlang? Tatsächlich ja. Hat er uns gehört, oder was? Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Das wäre so einfach. Wenn dieser Kack-Runner da nicht wäre. Bitte, lieber Runner. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. So, jetzt kommt er auch zu uns. Das wird unsere Chance werden, oder? Ja, er ist direkt hier vorne. Aber ein Schuss. Scheiße! Da sind ja noch mehr. Okay. Warum siehst du aus wie Billiger? Wir haben's, nicht wahr? Oh, nein. Ich höre immer noch irgendwas irgendwo klicken, oder? Das kann nicht sein. Bro, hier leben immer noch welche? Ja, geil. Ja, hat sich ja gelohnt, nicht wahr? Ist hier draußen? Ach, ich glaube im Häuschen. Woher kommen diese Geräusche? Ah, ich glaube wirklich irgendwo da vorne in der Hütte, oder? Boah! Aber ich sehe halt nirgendwo wen. Wir haben schon so ein Massaker angerichtet hier. Das kann doch nicht sein. Dabei bin ich doch so friedliebend, Leute. Peace, love in harmony. Ja, jetzt heißt es, finde die anderen Viecher. Wo auch immer die so rumkriechen, ne? Sind die im Nachbarsgarten? Boah, wie scheint? Vielleicht sind die im Nachbarsgarten. Wer weiß. Oh, da ist wirklich jemand hier drin. Ist ja auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass hier irgendwer drin ist, ne? Ja, seid noch leiser. Hat jemand Bock auf einen Kaffee? Hier ist schöner Filterkaffee. Junge, 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 Junge. Aber normalerweise würde man ja irgendwo was sehen. Ich glaube, die sind nicht hier drin. Aber glauben tut man in der Kirche. Da waren wir ja heute schon. Oh, guck mal, Firefly-Anhänger. Cool. So, schwenken. Feuer euch. Cool. Und wenden. Was steht da? Peter. Junge, Junge, wie spricht man das denn aus? MR. Rotzig. Cool. Weiter geht's. Ja, hier wird irgendwo irgendwas rumpimmeln. Aber wie gesagt, ich glaube eher draußen. Ich glaube, da können wir gleich entlang. Ich würde mich noch sehr, sehr gerne einmal oben umgucken. Okay, ja, das hat sie auch erledigt. Aha, warte mal. Hier liegt Loot rum. Uh, wichtig. Wichtig. Sehr, sehr wichtiger Loot hier drin. Gut, dass wir hier auf jeden Fall ins Häuschen gegangen sind. Ich sehe halt nix. Ja, die müssen auf jeden Fall im Nachbarsgarten chillen. Also hier im Häuschen, hier im Garten. Ja, da vorne haben wir gut dafür gesorgt, dass alles weg ist. Viele Flaschen, viele Backsteine. Guck mal, da vorne sehe ich was. Oh Mann, wie kommen wir denn hier jetzt sicher rein? Alter, wie stressig ist dieser Weg zur Schule. Und dann wissen wir nicht mal, was in der Schule selber drin ist. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Und angenehm. Wenn ich wenigstens wüsste, wie viele hier sind. Bewege leicht nach vorne, um dich leise zu bewegen. Ah, okay. Also hat er uns mehr oder weniger bemerkt. Kann es sein, dass hier nur zwei Zombies sind? Na dann. Egal. Wo ist was, wo ist was, wo ist was, wo ist was? Ach, da unten, da unten, da unten, da unten, okay. Ja, hau mir so weg. Oh, shit. Können wir keinen Faustkampf machen? Okay, perfekt. Ah. So. Ja, Leute. Das war doch gut, oder? Ja, die Kamera ist ein bisschen voller Blut. Aber das passiert im Westen. Lag hier nicht irgendwo noch Munition rum? Aber vorhin war ja unsere, unser Munitionslager wieder komplett fool, nicht wahr? Aber jetzt haben wir wieder ordentlich was verbraucht, habe ich so gehört. Junge, Junge, Junge. Die Pump kann fetzt, aber ich muss halt aus der Nähe schießen. Deswegen haben wir so wenig Damage gemacht. Ja, genau. Hier war was. Sehr, sehr geil. Cool. Also, der Nachbarsgarten ist auch schon mal clean. Langsam aber sicher räumen wir den Bums hier wieder auf, nicht wahr? Mehr oder weniger. So, was finden wir hier noch so Schönes? In dieser wunderbaren Garage. Nope. Warte, war hier was? Nee. Einbildung ist auch eine Bildung. Cool, 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 cool. Für die nächsten Verbesserungen auf der Werkbank ist richtig und wichtig. Und ich glaube, hier unten ist ansonsten nix mehr, ne? Aber seht ihr das? Zwischendrin glänzt das. Also, wundert mich schon so ein bisschen. Okay, was finden wir hier noch auf dem Kinderspielplatz, aka dem Garten hier? Oh, warte, wo, 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 wo? Sehr, sehr strong. Warte mal, hier vielleicht auch nochmal nachladen, wenn wir schon mal dabei sind. Weil nachladen ist sehr, sehr wichtig. Im Gefecht nachladen ist unangenehm. Spider-Man, Spider-Man, Baby, 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 Spider-Man. Und runter geht's. Du bist ganz schön laut gefallen. Kann man, glaube ich, so sagen. So, jetzt können wir den Basie mitnehmen. Geile Meile. Was haben wir hier noch so Schönes? Uh, wir haben sogar inzwischen wieder Full Life. Sehr, sehr stark. Plus drei Medi-Kids. Läuft. Und ich glaube, in den Gefechten heute haben wir uns relativ gut angestellt. Da werden safe noch schwierigere Gefechte kommen. Keine Frage. Aber das war schon mal ein guter Anfang, mehr oder weniger. Was finden wir hier so Schönes drin? Hallo. Hier vor allem in den Schränken. Ein paar Sportgeräte. Hallo? Uh. Die sportliche Nachbarschaft hier. Auch sehr wichtig. Warte mal. Wo können wir nochmal den Bogen finden? Okay. Drei Schüsse haben wir für den Bogen. Ja. Wir brauchen definitiv mehr. Definitiv. Oh, geil, Alter. Ein Billardtisch. Wie wär's damit? Na klar. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Die Kratzentür? Joel, das ist dein Ding. Hehehe. Oh, ich hab so Schiss, dass da jetzt irgendwas angelaufen kommt. Sei sehr vorsichtig. Achso, sie läuft durch. Na dann, kein Problem. Vielleicht wäre eine Waffe echt ein Schläge. Okay, Bill. Haben Sie noch mehr von diesen Klicker-Dingern? Oh, nö. Oh, scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Richtig. Ja, wollt ihr noch auffälliger hier vorne rumlaufen? Weil ich werde jetzt safe dahin locken. Mal gucken, wie viele. Ja. Bingo. Okay. Verbrennt auf, verbrennt auf, verbrennt auf. Ja. Bitte verbrenne, verbrenne. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, die brennen alle ein bisschen. Party, people. Wuhu. Das war nicht smart, glaube ich, oder? Aber dafür brennen jetzt alle. Und die werden safe alle verrecken. Nicht wahr? Ich meine, das waren fünf Klicker. Ich liebe Molotov-Cocktails. Das ist der geilste Kack, Mann. Okay, die beiden leben noch. Die sind aber sehr stark verrührt. So, das war's. Wie weit ist das, Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay. Verstehe. Mann, warum hat denn keiner von denen irgendwelche... Irgendein Loot? Hätte man hier durchschleichen können? Oh Mann, ey. Ich glaube, ich war wieder zu laut hierfür. Oh nein, unsere Molotov-Cocktails sind leer. Wir haben aber noch eine Nagelbombe. Die nagelt alles weg. Yippie, yippie, Schweinebacke. So, was haben wir hier Schönes? Nix. Okay. Na dann, rein geht's. Okay, eine wunderbare Küche, die bestimmt mal einiges wert gewesen ist. Okay, Bro, bevor ich zu dir mitkomme... Ach Mann. Jedes Mal denke ich, okay, jetzt können wir das Haus ablooten, aber rein gar nichts. Was liegt da? Keine Ahnung. Gute Frage. Nächste Frage, nee. So, das sah mal nach einem Arbeitszimmer aus. Arbeits-Aka-Hobby-Zimmer. Vielleicht beides. Who knows? Vielleicht hat jemand sein Hobby zum Beruf gemacht. Das sieht... Ui! Hä? Achso, das war einfach die Munition. Cool. Was war das bitte für ein Geräusch? Können wir jetzt wieder was herstellen? Nope, leider fehlt uns ein bisschen Aluhol. Aber wir können ein Messer herstellen. Das ist eigentlich... Das ist voll selten. Huh. Yay. Zwei Messer. Weil, wisst ihr, was besser ist als ein Messer? Zwei Messer. Ein Fahrrad. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Jetzt chill doch. Warum machst du so einen Stress? Hier oben sind wir doch safe. Verzieh doch nicht so die Mine. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Hier runter, oder? Das Game ist wieder ein bisschen am laggen. Bedeutet irgendwas lädt? Ah, Blumen. Beziehungsweise Pillen. Vielen Darm für die Blumen. Vielen Darm. Als ob hier keine Zombies sind. Cool. Ein Hundenapf. Da habe ich ja was für mich gefunden. Cool. Bingo. Bisschen Alu. Lumpen. Bingo. Das war eine sehr, sehr gute Gartenhütte. Guck mal, Basketball. Ein paar Vögel. Können wir ein bisschen ballen mit dem Basketball? Schade, Marmelade. Dann eben nicht. Und rein geht's. Okay, 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 okay. Oh. Geil. Nehmen wir auch nochmal mit. Okay, wir sind sicher. Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein. Alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Das ist bei der Ray gar nicht mal so gut, dass wir jetzt so viel bekommen. Mit Werkzeugen erhält Joel Zugriff auf mehr Waffenverbesserung an Werkbindungen. Ah, geil. Ja, sofort. Wir haben uns noch nicht gut genug umgesehen, habe ich das Gefühl. Kann man hier oben entlang? Oh. Mal ein Häuschen, wo man sich auch oben umsehen kann. Cool. Yeah. Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so ein gutes Zeichen. Ein besseres Magazin wäre auch cool gewesen. Ich sag's, wie es ist, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, sagt man so schön, nicht wahr? Oh, hier oben ist noch was. Pillen. Geil. Nachdem wir im letzten Part verbessert haben, dass wir nicht mehr so hardcore mit der Waffe schwanken, bin ich sehr dankbar für mehr und mehr Pillen. Oh, das war mal ein schönes Kinderzimmer. Das ist voll sad, dass sie sehen. Down Under 2. Dawn of the Wolf. Das war wohl ein beliebter Film, was? Ich? Oh, cool. 4. Oktober. Jetzt ist offiziell. Die Schule bleibt bis auf weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, gleich keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? Okay. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wie ihn gestern. Gadget hat in einem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Gadget? Ist Gadget ein Name? Er kam rein, hat ihn gestreichelt, gesäuft und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam heute vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, er geflüstert. So etwas passiert jederzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen in ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom ist einfach nur da. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Es ist soweit. Dad sagt, wir werden bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Sad, ey. Das ist wirklich sehr, sehr sad. Aber das finde ich krass, zwischendrin solche Notizen zu sehen. Wie beispielsweise ein Kind diese ganze Apokalypse wahrnimmt. Also, Freunde der Sonne. Ich glaube, im heutigen Part hatten wir genug Action, haben super viel erlebt. Und wenn ihr das genauso seht, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Umlautmann abonniert. Und danke an die Elite-Umlaut-General-Member, Basti the Dark Empire, Cybix Games, Maria, Klein Damp hier, Sven Simmern, Florian und Wolfgang. Und natürlich auch an alle anderen, die auf dem Channel aktiv sind. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Rrrrrr. Vielen Dank.